Wir sind hier bei der Gölzner GmbH, bei uns ist der geschäftsführende Gesellschafter Herr Thorsten Knopf. Herr Knopf, was genau ist die Kernkompetenz der Gölzner GmbH? Kernkompetenz ist die Herstellung und Lieferung von elektronischen und mechanischen Sicherheitssystemen aus einer Hand. Welche besonderen Vorteile hat denn beispielsweise ein Unternehmer von ihren Dienstleiten? Der Vorteil ist, dass wir den Kunden speziell auf sein Projekt beraten, unabhängig von den Produkten der Hersteller. Wir können das aus dem Gesamtportfolio wählen und eine kundenspezifische Lösung daraus erstellen. Wie gehen Sie denn jetzt vor, wenn ein Unternehmer beispielsweise mit einer Sicherheitsfrage auf Sie zukommt? Wir haben fünf Berater, die dann entsprechend den Kunden in seinem Objekt besuchen, ihn vor Ort beraten und sich die Anforderungen anschauen. Und dann werden wir meist hier bei uns im Studio mit dem Kunden das Ganze besprechen. Er kann hier die Dinge anschauen und anfassen und daraus erstellen wir dann Angebote, Lastenverzeichnisse oder Durchschnittsverschläge. Das heißt also, Sie beraten individuell, Kunden- und objektbezogen? Ganz genau. Gerade im Sicherheitssektor kommt es ja oft auch auf Schnelligkeit an. Wenn jetzt beispielsweise ein Einbruch stattgefunden hat, müssen Schlösser ausgewechselt werden, Schlüsselnab bestellt werden. Wie viel Hand hat Gölzner? Ja, wir haben gesamt zwölf Techniker, die dann sofort im Einsatz sein können. Wir haben ein recht großes Lager von verschiedenen Systemen und wir haben die Körmer-Segelbrunen, unser Tochterunternehmen, im Bereich Schließanlagenherstellung. Und damit sind wir in der Lage, im Prinzip tagesaktuell solche Dinge zu lösen. Gibt es denn jetzt irgendwelche besonderen Neuheiten auf dem Sicherheitsmarkt? Ja, die Neuheiten sind elektronische und digitale Schließsysteme. Da haben wir hier ein Kompetenzzenter-Elektronikzylinder aufgebaut, in dem alle am Markt verfügbaren Systeme bemustert sind. Der Kunde kann sich die anschauen, anfassen und die selbst erleben. Und aus diesem Portfolio können wir dann den Kunden auch entsprechend beraten. Oft ist es ja so, dass nach einem Kauf ein Kunde weitestgehend alleingelassen wird mit seiner Sicherheitslösung. Wie ist das bei Gölzner? Wir haben einen entsprechenden After-Sales-Service über die Techniker, über einen Notdienst und machen dann auch die entsprechenden Wartungen. Vor allem im Bereich Schlüsselmanagement, Schlüsselaufbewahrung und Verwaltung haben wir neue Systeme entwickelt, um da auch dauerhaft zu betreuen. Wenn jetzt ein Interessent sagt, das ist ein sehr spannendes Thema für mich, wie kann er mit Ihnen in Verbindung treten? Am besten über unsere Homepage, da findet er vorab schon viel Information und ansonsten anrufen und weitergeben. Wir sehen uns imировangimar. Am besten... Untertitelung des ZDF, 2020